Hallo, in diesem Video möchte ich die Follow-Funktion in Bezug auf Compiler erklären. In diesem Video die super schnelle Variante. Das Video wird erklärt ohne Epsilon, deswegen sind die Regeln ein bisschen einfacher, aber auch anders und nicht komplett. Okay, wir starten direkt durch. Das sind unsere Regeln, die sollten klar sein. Das sind unsere jeweiligen First-Mengen. Es sollte auch klar sein, wie das hergekommen ist. Und so sehen unsere Follow-Mengen aus. Wir wissen, wir haben diesen zusätzlichen Zustand hier. Hier, das Dollar steht für das Ende der Eingabe. Das hier sind die Regeln, die wir anwenden, um die jeweiligen Follow-Zeichen zu ermitteln. Aber wir machen das ein bisschen anschaulicher. Follow ist einfach das, was als nächstes kommt. In diesem Fall wäre zum Beispiel Follow A, wir machen es mit A ist am besten, ist dann die Klammer zu. Deswegen die Klammer zu. Follow A ist aber auch dieses Dollar-Zeichen, also auch ein Dollar-Zeichen. Im Fall wie bei B, da ist ja danach nichts mehr. Und wir wissen, wenn wir B fertig haben, dann wird das ja zu A reduziert oder mit A ersetzt. Das heißt, Follow B, in diesem Fall hier, ist auf jeden Fall auch Follow A. Könnte natürlich auch sein, dass wir hier zum Beispiel noch ein Plus hätten. Dann wäre Follow B, Follow A und nochmal Plus dazu. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben also nur Follow A. Und weil wir hier dann auf B reduzieren, haben wir nochmal Follow B. Aber das wird dann hier hinten ignoriert, weil unsere interessieren keine Rekursionen. Follow C. Ich habe es hier abgekürzt geschrieben. Follow C ist das nächste, was nach C kommt. Ist also das erste, was in B kommt. Das heißt, Follow C ist First von B. Und wir gucken, was ist First von B. Ist Plus, also steht hier ein Plus. Bei D haben wir wieder genau dasselbe Spiel wie bei A. Und bei E haben wir genau dasselbe Spiel wie bei C. Das folgende von E ist nämlich das erste von D. Und das ist die Multiplikation. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Wer genau ausmessen wissen, Entschuldigung, wissen möchte, der guckt sich einfach am besten das lange Video dazu an. Vielen Dank fürs Schauen. Vielen Dank.